Am 8. Juli 2020 hat der Gesetzgeber das sogenannte Mobilitätspaket 1 verabschiedet. Das Mobilitätspaket hatte das Ziel, den Güterkraftverkehr in Europa fairer, effektiver und sicherer zu gestalten. Unter anderem versprach es auch eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen für Lkw-Fahrer. Ich habe mir für euch alle Änderungen, welche durch dieses Paket kommen, bei einem Glas Rotwein zu Gemüte geführt und ich kann bereits jetzt sagen, dass ich nach dem Lesen Lust auf etwas, naja, sagen wir mal hochprozentigeres hatte. Wieso? Das erkläre ich euch nach dem Intro. Hallo zusammen und herzlich willkommen hier auf dem Logistikkanal. Mein Name ist Horst und wie bereits vor dem Intro angekündigt, schauen wir uns gemeinsam in diesem Video das vor kurzem beschlossene Mobilitätspaket an und beleuchten mal, was sich für Fahrer ab etwa Mitte August 2020 ändern wird. Zunächst möchte ich noch kurz anmerken, dass ich voraussetze, dass jeder Zuschauer die Lenk- und Ruhezeiten im Detail kennt. Wenn dem nicht so ist, dann empfehle ich euch hier an dieser Stelle mein Video zu den Lenk- und Ruhezeiten, welches ich rechts oben verlinke. Dort werden alle wichtigen Begriffe und Regelungen anschaulich erklärt. Bevor wir loslegen, möchte ich nur kurz erwähnen, dass ich in diesem Video nicht alle Änderungen des Mobilitätspakets aufführen kann, da es viel zu viel Stoff für ein einzelnes Video wäre. Daher beschränke ich mich in diesem ersten Video mal auf die Änderungen, die für das Fahrpersonal gegebenenfalls relevant sein können. Starten wir also mit den Änderungen, die für alle Fahrer, d.h. im Güter- sowie im Personenverkehr gelten. Es ist nämlich nun klar geregelt, dass es Lkw-Fahrern verboten ist, die regelmäßige wöchentliche Ruhezeit in einem Lkw zu verbringen. Es gab im Jahr 2017 ja bereits ein BGH-Urteil, das dies untersagt hat. Daher ist diese Änderungen eher als Klarstellung zu verstehen und nicht unbedingt als Neuerung. Neu ist jedoch, dass fixiert wurde, dass der Unternehmer für die Kosten der Unterkunft aufkommen muss. Ich hatte jedoch gehofft, dass dies noch weiter spezifiziert werden würde, insbesondere was die Kontrollierbarkeit dieser Regelung angeht. Es ist nämlich so, dass der Fahrer nicht nachweisen muss, dass er die regelmäßige Wochenruhezeit beispielsweise in einem Hotel verbracht hat. Bisher ist es nämlich so, dass das BRG, also das Bundesamt für Güterverkehr, den Fahrer auf frischer Tat ertappen muss. Das bedeutet, die Kontrollbehörde muss den Fahrer dabei erwischen, wie er eine regelmäßige Wochenruhezeit im Lkw verbracht hat. Es reicht dabei dementsprechend nicht, den Fahrer an einem Sonntag zu kontrollieren, wenn er gerade 40 Stunden Wochenruhezeit abgesessen hat. Denn rein rechtlich handelt es sich bei einer Ruhezeit von 40 Stunden ja immer noch um eine verkürzte Ruhezeit, solange die nicht 45 Stunden überschreitet. Um also einem Fahrer bzw. Unternehmer nachzuweisen, dass er die regelmäßige Wochenruhezeit im Lkw verbracht hat, müsste man diesen exakt nach Ende der Wochenruhezeit von mindestens 45 Stunden dabei erwischen, wie er vom Rasthof fährt. Denn wenn ein Fahrer nach 44 Stunden und 59 Minuten den Lkw wieder starten und lenken würde, handelt es sich rein rechtlich um eine verkürzte Ruhezeit und die darf weiterhin im Fahrzeug verbracht werden. Der Fahrer müsste also in der folgenden Woche eine regelmäßige Ruhezeit von 45 Stunden einlegen und eine Minute von der verkürzten Wochenruhezeit vorher nachholen. Dieses Gesetz war damit so gut wie nicht kontrollierbar und daran wird sich leider durch das Mobilitätspaket auch nichts ändern. Meine Befürchtung ist dementsprechend, dass sich viele Unternehmer weiterhin nicht an diese Regelung halten werden. Das Mobilitätspaket bringt darüber hinaus eine Rückkehrpflicht für Lkw-Fahrer zu ihrem Wohnort bzw. der Betriebsstätte des Unternehmers, deren der Fahrer normalerweise zugeordnet ist. Im Klartext muss also jeder Fahrer spätestens alle vier Wochen zu seinem Wohnort oder zu der Betriebsstätte des Unternehmens zurückfahren, in der er normalerweise eingesetzt ist. So könnten theoretisch osteuropäische Firmen eine Niederlassung in Deutschland gründen und den ukrainischen Fahrer beispielsweise dort zuordnen. Laut diesem Gesetz wäre das theoretisch zulässig. Ich befürchte, dass genau das passieren wird und die Fahrer trotzdem monatelang ihr Zuhause nicht sehen. Besser wäre es definitiv gewesen, wenn der Fahrer zwingend alle vier Wochen zu seinem Wohnort zurückkehren müsste und nicht wahlweise zur Betriebsstätte. Es ist übrigens so, dass der Fahrer nicht persönlich nachweisen muss, dass er alle vier Wochen zu Hause bzw. in der Betriebsstätte war. Dies muss das Unternehmen des Fahrers dokumentieren. Das Problem daran ist nur, dass die Kontrollbehörden wie beispielsweise das BRG in Deutschland nicht die Unternehmen in Litauen oder sonst wo kontrollieren, sondern die Lkw und damit das Fahrpersonal, welches in Deutschland unterwegs ist. Wie kann also das BRG kontrollieren, ob die Regelung eingehalten wurde, wenn der Fahrer persönlich dies nicht nachweisen muss? Nun ja, das soll zukünftig der intelligente Tachograph regeln, der ja seit diesem Jahr in Neufahrzeugen verbaut werden muss. Beim intelligenten Tachographen ist nämlich ein GPS-Modul verbaut, das bei einem Grenzübertritt das Länderkennzeichen im Tachographen automatisch ändert. Bei den meisten derzeit eingesetzten Fahrzeugen ist jedoch der normale digitale Tachograph verbaut, der dieses Länderkennzeichen nicht automatisch ändert. Der Gesetzgeber hat dieses Problem übrigens erkannt und sich dazu etwas Spannendes ausgedacht. Demnach ist nun geregelt, dass jeder Lkw-Fahrer 18 Monate nach Inkrafttreten dieses Mobilitätspaketes, also in rund anderthalb Jahren, nach einem Grenzübertritt das einzufahrende Länderkennzeichen im digitalen Tachographen hinterlegen muss. Nun werden alle zuschauenden Fahrer wissen, dass man dies nur bei einem stehenden Fahrzeug machen kann. Daher sagt der Gesetzgeber, dass nach jeder Grenze die nächstgelegene Parkmöglichkeit genutzt werden muss, um das Länderkennzeichen im digitalen Tachographen zu ändern. Ehrlich gesagt habe ich jetzt schon Mitleid mit allen Fahrern, die versuchen werden, unmittelbar nach der Grenze einen Standplatz zu bekommen, wenn dort jeder halten will bzw. muss. Das wird unweigerlich wieder zu Staus an der Grenze führen, da der Verkehr nicht flüssig rollt, sondern Lkw-Fahrer nach der Grenze gezwungenermaßen anhalten müssen. Aber bis diese Regelung in Kraft tritt, vergehen ja jetzt erstmal gute 18 Monate. Vielleicht findet man bis dahin ja eine bessere Lösung. Ich hoffe es zumindest. Als nächste Änderung durch das Mobilitätspaket wird es verpflichtend, dass alle Fahrzeuge alle 8 Wochen zu ihrem Heimatstaat, also dem Staat, in dem sie angemeldet sind und dementsprechend auch Steuern zahlen, zurückkehren müssen. Und ja, ihr habt richtig gehört, ich rede über das Fahrzeug. Dies hat übrigens zu großem Gegenwind der osteuropäischen Logistikbranche geführt, da es gang und gäbe ist, die Lkw in Polen, Litauen oder sonst wo anzumelden, obwohl diese Lkw nur in Westeuropa unterwegs sind. Ich denke, das ist ein Grund dafür, warum dieses Mobilitätspaket jetzt über drei Jahre gebraucht hat, um schlussendlich verabschiedet zu werden. Wie dies kontrolliert werden soll, ohne den intelligenten Tachografen, ist auch noch offen. Ich glaube allerdings, dass das zumindest dazu führen wird, dass diese Fahrzeuge in einem westeuropäischen Staat auch angemeldet werden und dort zumindest die Kfz-Steuern bezahlt werden. Was ja auch im Grunde genommen nur fair ist, denn die Fahrzeuge fahren ja fast nur ausschließlich in Westeuropa. Als letzte große Änderung, die für alle Fahrer, also egal ob in Personen- oder im Güterkraftverkehr relevant sind, hätten wir da noch die sogenannte Notstandsklausel. Diese erlaubt zukünftig einem Fahrer die Tageslängzeit, um bis zu zwei weitere Stunden zu verlängern, wenn er dadurch seinen Heimatstandort erreichen kann und seine wöchentliche Ruhezeit beginnt. Das bedeutet Folgendes. Angenommen, ihr seid in München zu Hause und kurz vor Fürstenfeldbruck, ist auch die 10er-Längzeit zu Ende. Bisher wäre der Fahrer gezwungen, nun mindestens eine tägliche Ruhezeit einzulegen, bevor es am nächsten Morgen die letzten Kilometer in Richtung Heimat geht. Die neue Regelung erlaubt es dem Fahrer aber nun, eine zusätzliche Längzeit von einer Stunde dran zu hängen, wenn er dadurch seinen Heimatort erreicht. Dazu braucht er auch keine zusätzliche Längzeitunterbrechung einzuhalten. Er kann diese Stunde einfach nach der 10. Stunde noch dran hängen. Wobei er das auch nur darf, wenn er nachweisen kann, dass ein sogenanntes unvorhersehbares Ereignis stattgefunden hat. Dazu zählen beispielsweise Vollsperrungen, Streiks oder Unwetter. Also vermutlich alles das, was man unter höherer Gewalt versteht. Wenn jedoch der Feierabendverkehr die Fahrt verzögert, dann ist das etwas, womit man bei der Tourenplanung hätte rechnen müssen und dementsprechend darf hierfür die zusätzliche Fahrzeit nicht in Anspruch genommen werden. Das Gesetz regelt darüber hinaus, dass es die Entscheidung und das Recht des Fahrers ist, diese zusätzliche Längzeit in Anspruch zu nehmen oder das auch nicht zu tun. Der Unternehmer hat hier also nicht die Entscheidungsgewalt. Dadurch soll sichergestellt werden, dass Unternehmer bzw. Disponenten diese zusätzliche Längzeit nicht missbrauchen und schon von vorne herein mit einplanen. Ist der Fahrer jedoch beispielsweise noch vor Augsburg und benötigt somit mehr als eine Stunde Längzeit, um nach Hause, also nach München zu kommen, darf er auch zwei zusätzliche Stunden Längzeit in Anspruch nehmen, wobei er vorher noch einmal eine zusätzliche Längzeitunterbrechung von 30 Minuten einhalten muss. Es darf also zusammenfassend zwölf Stunden an einem Tag gefahren werden, wenn ein unvorhergesehenes Ereignis verhindert hat, dass der Fahrer innerhalb seiner normalen Tageslängzeit sein Zuhause erreicht hat. Nimmt er jedoch mehr als eine zusätzliche Stunde Längzeit in Anspruch, muss der Fahrer gezwungenermaßen direkt nach seiner Längzeit von über 11 Stunden eine regelmäßige wöchentliche Ruhezeit beginnen und somit 45 Stunden einhalten. Verlängert er nur um bis zu einer Stunde, kann er auch eine verkürzte wöchentliche Ruhezeit machen. So und da das Ganze ja noch nicht so wahnsinnig kompliziert ist, muss man natürlich diese zusätzliche Längzeit innerhalb der nächsten drei Wochen durch eine zusätzliche Ruhezeit ausgleichen. Das bedeutet, wenn der Lkw-Fahrer seine Längzeit um zwei Stunden an einem Freitag verlängert hat, um nach München also nach Hause zu kommen, vielleicht weil er in einer Vollsperrung stand oder sowas, dann muss er diese zusätzlichen zwei Stunden innerhalb von drei Wochen durch eine zusätzliche Ruhezeit ausgleichen. Diese kann jedoch nach einer täglichen oder wöchentlichen Ruhezeit angehangen werden. Obwohl diese Regelung wieder extrem kompliziert geworden ist, ist es aber immerhin eine Option für Fernfahrer, die einfach nach einer oder mehreren Wochen im Fernverkehr verdientermaßen nach Hause möchten. Von daher gibt es von mir dafür auch einen Daumen nach oben. An dieser Stelle würde ich mir gerne wissen, was ihr zu den Neuerungen sagt. Haltet ihr sie für sinnvoll oder eher für viel zu kompliziert? Werdet ihr beispielsweise die zusätzliche Längzeit nutzen, wenn sie euch fehlt, um nach Hause zu kommen? Schreibt es mir gerne in den Kommentaren. Die folgende Änderung gilt nur für den grenzüberschreitenden Güterkraftverkehr. Das bedeutet, alle Fahrer im Personenverkehr und oder Lkw-Fahrer, die nur im Inland unterwegs sind, können sich jetzt also einen Kaffee holen. Für alle anderen gibt es jetzt Änderungen in der Wochenruhezeit im Ausland. Diese wurden nämlich flexibler gestaltet. Das bedeutet, dass ab etwa Mitte August im grenzüberschreitenden Verkehr nicht mehr nur alle zwei Wochen eine verkürzte Ruhezeit gemacht werden darf, sondern zwei verkürzte Ruhezeiten innerhalb von vier Wochen. Im Klartext wird es also erlaubt, zwei aufeinanderfolgende Wochen eine verkürzte Ruhezeit von mindestens 24 Stunden, daran hat sich nichts geändert, zu machen. Sollte ein Fahrer zwei verkürzte Wochenruhezeiten hintereinander machen, müssen die Verkürzungen in der darauffolgenden Woche ausgeglichen werden. Lasst uns doch mal anschauen, wie das vonstatten gehen muss. Ich hatte im Video über die Lenk- und Ruhezeiten ja bereits angedeutet, dass der Gesetzgeber an einer Änderung arbeitet, damit die Fahrer nach einem verkürzten Wochenende ein sogenanntes verlängertes Wochenende erhalten, wenn sie in der Vorwoche beispielsweise an einem Samstag gearbeitet haben. Dies wurde mit dem Mobilitätspaket jetzt so für alle Fahrer im internationalen Fernverkehr umgesetzt. Nicht aber jedoch für Fahrer, die die verkürzte Wochenruhezeit im Inland verbracht haben. Machen wir mal ein Beispiel. Nehmen wir mal an, der Fahrer hat in Woche 1 seine wöchentliche Ruhezeit um 10 Stunden und in Woche 2 um 14 Stunden verkürzt. Insgesamt muss er in der nächsten Woche also nicht nur die regelmäßige Ruhezeit von 45 Stunden, sondern darüber hinaus auch nochmal 24 Stunden aus den vorherigen zwei Wochen nachholen. Diese nachzuholende Ruhezeit muss er jedoch nicht an eine regelmäßige Wochenruhezeit anhängen, so wie es bisher immer war, sondern unmittelbar vor einer regelmäßigen Wochenruhezeit machen. In unserem Beispiel sollte er also bereits den Freitag vor der regelmäßigen Wochenruhezeit frei bekommen, damit er die verkürzte Zeit bereits nachholt, um im Anschluss am Samstag und Sonntag die regelmäßige Wochenruhezeit von 45 Stunden zu machen. Alles in allem ist diese Regelung also auch wieder relativ kompliziert. Ich kann euch jedoch beruhigen, denn das war die letzte Regelung, die wir in diesem Video besprechen werden. Wie gesagt, sind noch weitere Änderungen beschlossen worden, die aber nicht direkt mit den Lenk- und Ruhezeiten zusammenhängen. Dazu werde ich nochmal ein separates Video erstellen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann freue ich mich über einen Daumen nach oben. Und wenn du Interesse an weiteren Videos vom Logistikkanal hast, dann freue ich mich auf ein Abo. Denk bitte auch daran, die Glocke zu drücken, damit du kein Video mehr verpasst. An der Stelle bedanke ich mich wie immer fürs Zuschauen. Ich freue mich schon auf das nächste Video mit euch. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.